hey leute willkommen heute ist meine hockzeit und ich bereite mich vor für hockzeit feiern es wäre babageil ohne spaß ich habe das anzug gekauft für hockzeit ohne spaß sag mir war halt wie findest du das denn sag nicht es ist nicht gebügelt guck mal außer gebügelt wie findest du das außer bügeln es ist nicht bügeln ich weiß das ja und ich kräme mich ich kräme mich weil man muss sein sein wie eine diamantin oder so ein bisschen fress oder brava und das war's heute ist die glücklichste tag in meinem leben und das ist die kraft in hockzeit feiern ja das ist die lieblingsfarbe von meiner nie frau meine zukunft frau wir heiraten heute so mag man kann warten wenn du weißt du brauchst eine ausbildung von mir so bau bau leute wie findest du das denn sag die wahrheit leute wie findest du das ambassador ich bin bozza voila ich bin bozza ich bin bozza ich bin bozza es profume mich oder es profume mich keine ahnung ist fast leer aber egal ist es ist auch gut es ist es lässt er leute wunsch mir bloggerd ist geh unterwegs geht es bin unterwegs und hockzeit feiern ist um aber meiner frau ist kutcher meiner frau bis gleich ok am 2 heute ist ein tag ein glücklicher tag deines lebens in deutschland weil du heiratest heute deine schneefrau für deutscher papier ich küsse dein augen anspruch hast du endlich geschafft nach langer suche seit zwei jahren suchst du schon auf schneefrau aber jetzt ist da kollega dankst du denn das freut mich so sehr und heute ist der beste tag in meinem leben heute ist die glücklichste und bauertag begann zu deiner frau ja er leute ich bin neugierig woala soll ich weinen waber denn jetzt zu deiner frau er leute heute ich bin hier mit meiner frau ist es bin amts boy und meine frau heißt eine snieger sein name ist niger und wenn du in balin wohnst du kommst hier beruhl meiner sniefrau nicht fast meine sniefrau nicht mag gar nichts mit meiner sniefrau ok und heute ist die glücklichste tag in meinem leben und wir haben einen pastor hier von einem käse und der sauber uns wie man heirate richtig heirate in deutschland aber wie wir machen heute deutsche heiraten aber nächstes mal wir machen richtig afrikanische heiraten dass wir auf bau war denn das heißt alles wäre eingeladen ok sind sie bereit die frau zu heiraten für deutsche papi ja ich bin sehr sehr bereit ich bin bereit sind sie bereit für immer mit ihr zusammen zu sein egal welcher kommt ich bin sehr sehr bereit mit ihr zu heiraten egal welcher kommt sind sie bereit nur sie als frau zu haben und keine drei frauen dazu wie bitte wollen sie nur eine frau oder vier kannst du bitte deutsch reden wollen sie nur eine frau oder vier ich wollen nur eine frau ich will nur sie heiraten ein zwei drei drei 3, 2, 1 Okay, Amtsboy, jetzt müssen Sie Ihre Chaya küssen Aber nicht Chaya, meine Frau Frau Nochmal Okay, Amtsboy, jetzt müssen Sie Ihre Frau küssen Jetzt? Ja Hey Leute, jetzt ist Küsse meine Frau Hey Leute, es ist geil hier mit meiner Frau Es ist Baba von Zauberlust Das freut mich so sehr Und Alan, komm, Alan, komm Das ist Alamban, wenn du heiraten willst Oder wenn du jemanden heiraten willst Schreib Alamban, der kommt und sauber deinen Heiratplatz Und das ist Krawatin Diese Krawatin ist von Alabangavich Das ist die Lieblingsfarbe von meiner Frau Wie findest du meine Frau? Baba Rüstiger Baba Hey Leute, wir gehen jetzt nachher, wir gehen Mittag essen Es wäre Baba geil Ihr seid eingeladen und ich gehe mit meiner Frau zum Essen Wenn du will andere Videos sehen mit meiner Sneefrau Weil wir haben deutsche Heirat gemacht Und jetzt machen wir afrikanische Heirat Es wäre Baba Ich bin hier mit meiner Krawatin Und es ist geil Dank zu den Leuten für zu sein Ciao Hey Leute Wenn das Video sehen, tausend Anrufe gesehen habe Afrikanische Heirat, komm und das passt Wenn du will afrikanische Heirat sehen mit meiner Sneefrau Abonniere in diesem Kanal Teil dieser Video Kopie Linke Und check über alle in love In Dubai In Amerika In Afrika Check das Video über alle Wenn das Video viral geht Sind tausend hast du das Video gesehen Es kommt noch afrikanische Heirat Mit meiner Sneefrau Oh Leute Es wäre Baba geil Es wäre explodieren Weil afrikanische Heiraten ist nicht wie deutsche Wir haben so Das war deutsche Was du gesehen habe Es deutsche Heirat Und hier Wir machen afrikanische Heirat Aber wir müssen afrikanische Heirat machen Wenn das Video viral geht Und das passt Es wäre richtig geil Aber ich bedanke Ich danke schon für deine Zuschauer Du bist richtiger Baba geil Ich hoffe ich sehe das In afrikanische Heirat Im Video Das Ich lade viele Leute an Wir machen Fufu Wir essen Fufu Wir machen alles Es wäre Baba geil Wir machen Wir machen Wir machen Wir machen